Die Ecke von der rechten Seite, kommt an den 5-Meter-Raum, die Kopfballabwehr der Dortmunder. Zunächst mal raus aus dem Strafraum, nachsetzen oder Konter Dortmund. Konter Dortmund, die holen sich den Ball im Mittelfeld und dann das steile Ding für Lewandowski. Lewandowski gegen Neuer, Neuer schnell raus, blockt den Ball, noch einmal Dortmund auf der rechten Seite, hoher Ball, Neuer muss zurück. Pfosten, Pfosten von Mario Götze, was für eine Möglichkeit für Borussia Dortmund. Da war doch das Tor leer, mein lieber Mario, da musst du doch nur noch einnetzen. Du bist doch am Neuer schon vorbei, das Schwierigste hast du doch schon hinter dir. Das gibt's nicht! Ja! Verdammte Scheiße!